Ja, Freunde, ihr stört mich nicht beim Essen, das ist, ich weiß ja, dass ihr immer da seid. Ich wollte euch nur ganz kurz, wenn ihr schon da seid, daran erinnern, dass in drei Wochen... Drei Wochen? Drei Wochen noch? Echt? Drei Wochen noch? Drei Wochen, drei Wochen, drei Wochen, drei Wochen. Wow. Am 2. Oktober um 19.25 Uhr im ZDF die zweite Staffel Dr. Klein startet. Wirklich? Dr. Klein? Kannst du es glauben? Nee. Wirklich?